Schön gespielt, wunderbar, was für ein Einwurfspielchen. Erst laufen sie das Einwurfspiel, was wohin Erfolg hatte mit den beiden Spielern hintereinander. Und dann denkt Fenerbahce, wir haben einen super verteidigt und zack, ergeben sich die nächsten Lücken. Herzlich willkommen in diesem Basketballspiel. Und auf der anderen Seite kommt Oskar da Silva. 29 Sekunden Basketball absolviert. Das könnte die beste. Jetzt wieder eine Verteidigung gegen Sigmar das Doppelteam kommt von Tischler. Davon geschlichen von Jens Smith, gefunden von Luke Sigmar. Sigmar war wahrscheinlich einer der Einzige auf dem Feld, der ich gesehen habe. In Berlin. Schneider mit Smith. Da kommt der hohe Ball und der zählt. Jens Smith, extra hoch angesetzt, weil der Matthew Costello vor ihm ist. Der greift gar nicht mehr ein, weil da denkt das Ding. Markovic auch einer dieser Kandidaten. Sigmar, klasse vorbereitet von Maudolo. Einer dieser Kandidaten auf Seiten von Ruta Sterlin. Die Mann, tanzt sich durch mit dem Dank. DKW. Das kann Bank.